Warum gehst du denn da rum? Warum heißt der Matitationsplatz? Halt mal auf, da rumzudrehen. Du leckst. Ja, warum heißt der Matitationsplatz? Weil der Mati da drauf immer meditiert. Ja, ist der Organstofte da oben drauf. Und jetzt einmal kurz rüberschwenken, der Monaco-Tationsplatz. Ja, warum die Leiden? Ja, damit die Kameraleute nichts schlecht werden. Das ist der Mati von der Organstofte da. Nein, sehen wir. Ja. Der Matitationsplatz ist auch nicht schlecht. Ja. 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 Ja.